Nun habe ich ein Hybrid in der Hand. Das Hybrid hat 19 Grad Loft, gehört eher zur Kategorie Eisen, also Long Iron, also lange Eisen. Von der Schaftlänge natürlich etwas länger als das Eisen 7. Von der Loft, also von dem Winkel unten, 19 Grad, also deutlich weniger als das Eisen 7, was ja 32 Grad Loft hatte. Zur Standposition, der Ball liegt diesmal eine Ballbreite links der Mitte, also etwas weiter auf dem linken Fuß als beim 7er Eisen. Die Standposition ist minimal breiter als beim 7er Eisen. Der Abstand zum Ball wegen der längeren Schaftlänge natürlich auch etwas weiter. Ansonsten bleibt alles wie gehabt, Körperwinkel, Position der Hände, wie beim Eisen 7 oder beim Sandeisen. Von der Ausholbewegung hole ich auch 90 bis 95% aus. Um maximale Länge zu bekommen, kann ich sogar 100% ausholen. Im Treffmoment sind die Hände wieder vor dem Ball, mein Körpergewicht auf dem linken Fuß und ich ziehe voll in meinen Finish rein.